Wie die meisten Dinge im Leben funktionieren auch Fahrzeuge am besten mit der richtigen Verbindung. Bei der Vernetzung Ihres Fahrzeugs mit uns ist das nicht anders. Wenn Sie einen Ford-Account über Ihre FordPass-App erstellen und das Modem Ihres Fahrzeugs aktivieren, gehen Sie eine der besten Verbindungen überhaupt ein. Wenn Sie beispielsweise Ihrem bevorzugten Ford-Partner festgelegt und der Übertragung der Fahrzeugdaten zugestimmt haben, profitieren Sie von schnelleren Servicebuchungen und erweiterter Unterstützung, da Ihr Ford-Partner den Fahrzeugzustand aus der Ferne überprüfen kann, wo auch immer Sie sind. Dank Echtzeitübertragung benachrichtigt Sie Ihre App unverzüglich über alle auftretenden Auffälligkeiten. So können Sie Ihren Ford-Partner kontaktieren, bevor aus der Auffälligkeit ein Problem wird. Und da die Techniker bereits wissen, welcher Reparaturbedarf besteht, bevor Sie Ihr Fahrzeug vorbeibringen, können Sie direkt mit der Reparatur beginnen. Und das spart Ihnen Zeit. Doch Ihre App fahnt Sie nicht nur vor möglichen Problemen. Sie überwacht auch Dinge wie zum Beispiel den Ölstand oder Batteriezustand Ihres Ford und informiert Sie auf Basis von genauen Echtzeitdaten, wenn ein Wechsel erforderlich ist. Ganz schön clever, oder? Für ein vernetzteres Fahrerlebnis, Serviceempfehlungen und proaktive Erinnerungen erstellen Sie einfach Ihren Ford-Account, aktivieren Ihr Modem und erteilen die Datenfreigabe an uns und Ihren bevorzugten Ford-Partner. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Konnektivität auf unserer Webseite. FordPass – wir kümmern uns um Sie und Ihren Ford. FordPass im Moment Vielen Dank.